euer fortnite pro ist nach gefühlt zwei jahren zurück wir spielen fortnite noch mal auf den nintendo switch willkommen zu diesem was weiß ich für einen komischen video das auch wird ich bin ranked im null bauen ich habe auch einen neuen account und bin level 7 ich bin richtig krass wie ihr seht warum kommt das eigentlich jedes mal keine ahnung ja wir spielen heute einfach mal ob ich euch das video jetzt hier hatte oder nicht keine ahnung guck mal wir sind in der lobby das ist super jetzt können wir uns hier aussuchen wo wir hier landen können warum erkläre ich das spiel überhaupt ihr habt das euer schon gesehen ich hatte das ja mal vor einiger zeit schon mal gestreamt gehabt und da war ich halt richtig scheiße aber hey mittlerweile bin mir unsicher ob der tonig zu laut ist ich mach den mal ein bisschen leiser noch wahrscheinlich ist er jetzt wieder zu leise ich weiß es nicht es tut mir leid ich hätte auch einfach mal eine testaufnahme vorher machen können aber ihr kennt es ja alles immer so spontan was mache ich hier überhaupt erste video was ich nach mehreren tagen überhaupt aufnehmen ist das ich nehme immer einfach irgendwelche waffen also fragt mich nicht was gutes und was schlecht ich blick da nicht durch guck mal das hier ist auf jeden fall für die heilung und ich werde schon scharf beschossen damit komme ich nicht klar da muss noch einer sein ja ist es auch eigentlich wollte ich noch was anderes ansprechen aber das beschissene ist wenn ich so aufnehme wie mit obs hier hä ist das sicher immer so eine verzögerung von keine ahnung eine halbe sekunde oder so hab also wundert euch nicht bin halt auch einfach eh scheiße wie ihr seht es war aber auch meine eine meiner schlechtesten runden in dieser season überhaupt ich meine was war das so wir sind jetzt in der nächsten runde quasi denkt man eh dass ich die ladezeit wirklich rausnehmen weil das viel zu lange dauert außerdem mache ich dabei eh nix ach so was ich fragen wollte ist es eigentlich schlau ganz schnell raus zu springen oder ja später weiter in der mitte das weiß ich noch nicht ganz genau und es gibt doch bestimmt auch schlaue leute hier unter euch die das spiel hier auch auf der switch spielen könnt ihr mir erklären wie das mit dem sprechen funktioniert könnt gerne mal wenn ihr da lust drauf habt mir das zu erklären im video wieder zu machen mich markieren ich wäre euch zutiefst dankbar weil ich blick da nicht durch im stream hatten wir das ja irgendwie geschafft da war die ganze zeit irgendwie gerede vielleicht sollte ich mal fullscreen gehen ist das besser wenn ich selbst spiele ich meine ich lasse die aufnahme eh durchgängig laufen mit karten nicht und so von selbst da sehe ich wenigstens auch mal wie viel munition ich habe weil wenn ich die ganze zeit nur so in einem low screen spiele kann das halt echt scheiße sein ja also wenn mir das irgendwer erklären kann wäre das echt cool aber ja das kommt hier natürlich auch nur weil ich wirklich viel spaß an fortnite habe natürlich ich würde lügen wenn es nicht so wäre ich meine ich habe in den letzten tagen fünf stunden spielzeit oder so dazu bekommen dachte eigentlich immer das ist übel scheiße das spiel aber eigentlich geht es wirklich voll fit dafür dass er kostenlos ist ich meine vielleicht hilft es ja dem kanal irgendwie ich weiß jetzt nicht wie oft ich das hier machen werde aber so oft ich lust habe bestimmt läuft da jemand weiß ich nicht das gefühl es laggt wenn ich im fullscreen spiele also die aufnahme ich muss das irgendwie ich brauche endlich ich brauche einfach neue technik es ist teilweise einfach nur schlimm also real talk ich werde beschossen mag ich nicht so hört mal bitte auf damit ich kann nicht im wasser kämpfen ich kann nicht im wasser kämpfen ich bin eigentlich nicht so scheiße dachte ich zumindest verliert man prozente ich nehme einfach schon zehn minuten auf das kann ich niemals so hochladen wirklich nicht ich werde das wirklich für euch schneiden müssen nein ich habe irgendeine scheiße gebaut was habe ich gemacht okay alter ich hatte gerade so eine ganz komische ansicht sowas was ich noch nie hatte das sah gerade ganz komisch aus egal komm jetzt top 10 gewonnen habe ich noch nie scheiße hier sind überall Leute also was heißt noch nie ich glaube im stream hatten wir ein paar wins geholt das war aber auch mit bots und so eine scheiße beziehungsweise und ich habe auch nicht alleine gespielt wenn ich nicht alleine spiele dann habe ich auch meistens ja hilfe könnt mir ja auch gerne in die kommentare schreiben ob ihr das hier öfter sehen wollt aktuell klinge ich wahrscheinlich sogar recht unmotiviert eigentlich aber ne bin ich eigentlich gar nicht wie gesagt ist das erste video was ich überhaupt seit tagen aufnehme ja ich merke es ist es ist leicht verzögert alles es ist scheiße am besten wieder zur abfilm ära zurückkehren brauche ich das auch noch ich nehme es aber mit mein problem ist ich habe auch nie schildtränke und sowas und was auch immer ein problem von mir ist ist dass ich einfach zu spät sehe von wo die gegner kommen ja gut im wasser vorhin war ja auch übel da betrug da 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 habe ich nun da kämpfe ich eigentlich nie ich wollte eigentlich nur aus dem wasser raus habe es aber nicht geschafft äh karte ich bin da genau ich gehe jetzt mal hier ein bisschen in die richtung da oben sieht man auch so eine leiste da kann man bei einem roten punkt auch sehen wo gegner sind aber so genau check ich das auch noch nicht wenn man den linken stick reindrückt kann man sprinten und wenn man den rechten dabei reindrückt zu rutschen keine ahnung was einem das rutschen bringt da hat man gerade glaube ich einen roten punkt gesehen ah ja da hinten ist auch da dieser ort ich kenne die namen leider alle nicht ich weiß gar nicht wie oft ich schon irgendwie so 50 damage bekommen habe wegen fallschaden zu dem eingang sage ich jetzt mal nix weil ich glaube das hatten viele gesehen also ich habe das viel auf tiktok gesehen gehabt videos zu diesem tor da aber dazu sage ich jetzt nichts weil da jetzt einfach keinen bock drauf habe aber hier habe ich glaube ich schon aufgekämpft durch suche in den waffenkoffer habe ich auch schon seit tagen diese aufgabe da unten rechts unter der karte ich habe seit tagen dann nicht gecheckt was ein waffenkoffer sein soll also ich blick das ehrlich nicht hier war schon jemand schade warum ist ja nix warum höre ich schüsse da ja ich sehe es komm das ziel des parts ist wenigstens ein kill trotz der echt nicht so nice aufnahme steht da jemand wenn ich hier aufnehmen ist die auflösung echt viel schlechter muss doch irgendwo mal einer sein ja aber bitte nicht immer von hinten hinten ist unfair ich weiß dass du dort bist du musst dich nicht verstecken ja jetzt sehe ich es aber mal verliert nur prozent ja ne würde auch sinn machen keine ahnung ich habe es mir nicht gemerkt man ich bin ein idiot wie 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 macht man das noch mal so so jetzt muss ich aber auch mal was schaffen komm alles kann ich nicht auf die scheiße schieben ich habe einfach nur pech heute anders kann ich es nicht sagen ich bin schon wieder hier ich möchte da landen bitte doch das laggt definitiv scheißaufnahmen doch komm schon bitte nicht jetzt sind es wieder diese hässlons ich hasse die verpiss mich dem lasse ich mich nicht ein das ist ja auch ein bahnhof ja scheinbar aber stimmt das steht ja jetzt sogar auf der karte der rockliss rayways verbände mach das mal weg nein hässlich ungut gelaufen ja man verliert prozent okay hallo jetzt gehe ich jetzt schon wieder los ich habe gerade noch meinen beitrag nochmal durchgelesen ob da irgendwelche fehler waren ich meine ja das war glaube ich noch ein fehler aber ist egal so kommt ich beende den part nicht bevor ich keinen kill habe davon gehe ich einfach nicht na gut event na ne ich muss den part ja nicht beenden ich kann ja trotzdem den cut bis morgen machen es gab einen ach man verpiss dich geh da rein brauche ne waffe brauche ne waffe brauche ne waffe da ist ne waffe verpiss dich wirklich Das ist gar kein richtiger Spieler wieder, ne? Das ist nur wieder so ein NPC da. Ach komm, ich hasse die. Jetzt bin ich doch schon wieder eigentlich nur... Ja. Oder... Ein Nichts. Verpiss mich. Tschüss. Das ist kein NPC, oder? Guck mal, da unten ist noch ein kleines Haus. Da wird ja wohl keiner gewesen sein, oder? Lauf. Da ist ein Auto. Im Auto ist man ja eigentlich relativ sicher, ne? Oh, scheiße gesprungen. Ich werde beschossen. Nein, 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 nein. Die darf mich nicht mit der Spitzeige killen. Komm, gönn, gönn, gönn. Das ist freaky. Alter, ich bin zu kacke. Team D, oder was? Na klar. Hallo. Willst du mich killen? Ich dich auch eigentlich, aber ich bin zu scheiße dafür. Das war nicht mein kill. Ich könnte langsam echt ausrasten, wirklich. Ich hoffe, ich bekomme keinen Claim, oder so. Wegen diesen scheiß Tänzen da, weil da ja auch immer so Copyright Musik ist. Alter, wenn das so ist, ich könnte mich dazu kotzen, alter. Ich gehe jetzt da auf diese kleine Halbinsel. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nichts hinkriege, ne? Dann ist Betrug. Oh, komm, vorhin, also in der letzten Runde sah auch voll so aus, als hätten die geteamt. Kann mir keiner, kann mir keiner anderer sagen. Aber dann haben die sich halt auf einmal doch gekillt. Ich verstehe das einfach alles nicht mehr. Oh, ich glaube, ich muss das auch nicht checken. Oh, nein, verpiss dich. Was ist das? Natürlich nur so ein Schild MP-Dingens-Granate. Nimm mit. Nimm einfach erstmal mit, was du kriegen kannst. Da, ich habe auch endlich mal ein Schild trank, super. Nein, jetzt kommt auch so ein hässliches... Nein. Ich kann was, alter. Alter. Und das, obwohl ich nur auf die Beine geschossen habe, wie so ein... Vollhonk. Noch mehr Schild tränke, nehme ich mit. Aber ich habe Band oder sowas, könnte ich gebrauchen. Ich nehme die auch mal mit. Gold Barren. Oh, ja, hier ist verbannt. Oh, ja, hier ist verbannt. Ich war verwirrt, weil die da auf einmal stand. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so schnell wieder kämpfen muss. Vor allem nicht, dass ich so schnell auch wieder gewinne. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, dass ich... ...eigentlich super gerne hier weg möchte. Kann ich da durch? Ja. Also, ich möchte eigentlich von dieser Halbinsel hier runter. Was ist denn hier noch drinne? Nichts Gescheites. Glaube ich zumindest. Dass das nichts Gescheites ist. Noch mehr Schild tränke, ich würde die eigentlich gerne mitnehmen. Hier kann man die nur bis zu 6 decken. Okay. Ich muss hier weg. Achso, hier. Scheißegal wie, Hauptsache ich bin hier erstmal aus der Bude raus. Muss ich irgendwas nachladen? Nö. So. Seht ihr? Ich könnte euch ja auch einfach nur die Runden zeigen und einfach alles andere rauskarten. Aber das wäre ja alles sonst Lebenszeitverschwendung gewesen. Ihr kriegt schon alle Runden. Trifft gegnerische Spieler mit verschiedenen Waffentypen. Ernsthaft? Ja, also sollte ich glaube ich weiterlaufen. Hier diese Büsche hasse ich. Jedes Mal, wenn ich hier bin, rennt da irgend so ein Drecksspieler durch und killt mich die ganze Zeit. Das ist jedes Mal so. Und trotzdem gehe ich jetzt wieder hierher. Ich verschüsse. Das war der Zug. Da drüben. Ja, das treffe ich eh niemals. Warte mal. Vielleicht sollte ich trotzdem auch mal in die Gebäude reingehen. Schon wieder Schüsse gehört. Ich kann immer so schlecht zuordnen von wo. Da. Kann ich ihn hier ab... Nein, kann ich nicht. Kacke. Jetzt bin ich mit dem hier irgendwo gefangen im Haus. Da. Nein, ich stehe richtig scheiße. Ist es schlau, mich jetzt sofort voll zu heilen? Ja, ne. Eigentlich schon. Brauche ich irgendwas davon? Kein Plan. Ich höre doch schon wieder was. Es sind nur noch 29 Spiele. Echt? Wo? Wo? Mein Problem ist immer, ich finde keinen. Warte mal, wo war ich jetzt? Da. Hm? Scheine auf jeden Fall welche in Wanderer zu sein. Hm? Da vorne, yo. Da vorne, yo. Da vorne, yo. Da vorne, yo. Das Problem ist, ich habe mich eigentlich schon früh verraten. Wollte ich eigentlich gar nicht. Was sind das für Schritte? Das war ein Auto, ja. Da war gerade ein Mega-Lag. Da ist hier jetzt realtor gar keiner mehr. Habe ich hier nicht gerade eine Kiste gehört? Ich bin eigentlich schon recht zentral auf der Map. Ne? Ich höre die ganze Zeit irgendwelche Sachen. Da unten, oder? Scheiße, ich checke es nicht. Da steht auch ein Auto, ich weiß nicht welches Auto das war. Wird beschossen, glaube. Ja, werde ich. Ich sehe aber leider nur keinen Spieler. Hä? Da hinten. Genau, jetzt verpisst er sich echt. Ach komm schon. Nein. Hier ist noch etwas anderes. Irgendwo. 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 Da oben. Da oben. Okay. Wer soll hierher kommen? Dann soll er bitte hierher kommen. Auf so eine Distanz kann ich nicht kämpfen. Äh, mein Wunsch wurde entweder er hört oder es ist ein anderer. Alter. 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 Alter bin ich scheiße. Gebe ich gerne zu. Okay. War trotzdem sau schlecht. Super. Und so muss ich dann sterben, ne? 40 Minuten Aufnahme aber ist okay. Komm. War doch jetzt wenigstens eine schöne Finalrunde. Eine die sich mal wenigstens etwas sehen lassen kann. Aufsteigen tue ich nicht. Dafür habe ich vorhin zu viel verloren. Aber gut. Mal sehen was ich da rauskriege als Video. Äh, ich danke euch natürlich trotzdem wie immer für eure Aufmerksamkeit dieses Parts. Oder was weiß ich. Wird das ein Part? Wird das ein LP? Keine Ahnung. Äh, danke für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Video. Irgendwann. Äh, was heißt irgendwann? Jeden Tag kommt eins eigentlich. Äh, ja. Tschüss. Bis dann. Bis dann.